Durch die Treppe, durch die Treppe Hallo und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Runde Battlefront 2. Das ganze spielt rund um Star Wars, wurde von EA veröffentlicht und diese Grafik ist wirklich bombastisch. Und das Video müsste in HD erscheinen. Ich habe das ganze mit der Playstation aufgenommen. Und ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt hier als, ähm, wer nennt man das? Wir sind die Guten, sage ich mal. Ich stecke in der ganzen Stars Geschichte nicht so drin. Ich würde das Spiel einfach mal zocken, testen und ein bisschen was mit euch gemeinsam aufnehmen. So, zoome ich. Jetzt sprinten wir hier mal ein bisschen rum, schauen uns die Gegend an. Ich glaube eigentlich ist es unsere Aufgabe, die Stormtrooper zu erledigen. Oh, ich muss zurück. Verdammt. Nein, nein. Naja, wir müssen halt möglichst lange überleben und versuchen die Leute wegzusnipern. Ähm, wo lang? Also wundert euch nicht, ich habe das wirklich noch nicht oft gespielt. Das ist meine erste Runde, die wollte ich einfach direkt mal aufnehmen. Die Grafik habe ich schon kennengelernt aus einem Let's Play, beziehungsweise von dem Tutorial, was ich spielen musste. Aber das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich hier so rumrenne frei und das Ganze... Oh, da ist Gegner. Durch die Treppe, durch die Treppe. Ich glaube, das geht nicht. Hm. Ich glaube, jetzt gehen wir hier durch. Oh, ne, da wollte ich nicht hin. Oh, Moos. Hier ist überall Moos. Ein dunkler, grüner Gang. Ich glaube, da sollte ich nicht reingehen. Äh, doch. Geht. Hier kommen wir durch und wo sind die Gegner? Was auch richtig schwierig ist hier, die Steuerung. Das ist unglaublich. Ich ziele, ihr seht, das ist irgendwie sehr abgehackt teilweise. Also mit der Maus ist es wirklich einfacher. Sprich, wenn ihr das hier auf PC spielt, denke ich, ist das mit der Steuerung leichter. Die Grafik, je nach PC, denke ich, muss man sich überlegen, schafft er das? Ist die gut, ist die nicht gut? Ähm, bei der Playstation gibt es ja diese feste Grafikeinstellung. Diese Option gibt es ja beim PC nicht. Das heißt, da könnt ihr das individuell anpassen, was ihr braucht und was ihr wollt. Oh, der ist schon weg. Äh, da hinten ist noch einer. Komm, komm her. Also ich wollte euch einfach nur mitnehmen und euch zeigen, dieses Spiel hat eine Bombengrafik, die Steuerung ist kompliziert und... Nein, nicht stören, nicht stören. Da unten seht ihr meinen Lebensbleibungs, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das heißt, den muss ich irgendwie retten. Das ist halt so ein normales Kampfsystem, wie man es kennt. Ähm, was stark kritisiert wurde, auch online, ist ja dieses Loot-System, was EA hier eingefügt hat. Da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, muss ich später mal gucken. Ähm, schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr das Video so findet, also von der Grafik und so weiter. Wollt ihr sowas noch mehr sehen oder soll ich einfach mal ein bisschen rumtesten mit der Playsy, also mit dem Aufnahmeprogramm, was da vorinstalliert ist? Ähm, ich könnte FIFA bringen, ich könnte andere Sachen bringen. Ich werde es einfach machen und ich werde eure Reaktionen dann in den Comments sehen und erwarten und dann überlege ich mir, was ich weiter mache damit. So, ich glaube, jetzt gehe ich da einfach mal rein. Was ist das überhaupt hier für ein Riesentempel? So, Granate kommt. Wo ist... Ah, da explodiert sie, okay. Also die Steuerung ist kompliziert. Vielleicht könnt ihr es besser, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr mit diesem Spiel schon Erfahrungen gemacht habt mit Controller als Steuersystem. Das ist halt wirklich anstrengend, finde ich. Oh nein, wo ist er? Oh da, ich glaube ich... Oh, Nahkampf, Nahkampf. Wie war ich das? Oh, drücken. So, weg ist er. Das war ein Nahkampfsystem. Oh, mich hat es erwischt. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, einen neuen Spieler auswählen. Ja, da ist er. So, wir müssen noch drei Leute erledigen. Drei Sekunden, respawnzeit. Nein, ich will den letzten haben. Bitte. So, uh. Noch, wie viele? Noch ein Kill. Jetzt kommt unser Einsatz, Leute. Slowmotion. Nice. Das war eine nice Runde, ich würde sagen. War ganz lustig. Drei Minuten 55. Hat jetzt eine Runde gedauert. Ich denke, für das erste Mal reicht das hier auf diesem Kanal. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schreibt auch immer, wie gesagt, in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis dahin. Ausgelix. Tschö, mit Ö.